Hallo und willkommen zu Light Games 2015. Heute spielen wir Skills Special Force. Ich heiße Nico, das ist mein Kanal. Ähm, das hängt ein bisschen jetzt, das Spiel. Ne, fast. Piep. Hinter mir steht der Nerventod. Patrick. Da ist der Nerventod. Ach, geh rüber, ich nehme gerade auf. Die finde ich, die wird es am besten für das Spiel. Sie haben schon ohne mich begonnen. Okay. Standbild. 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 Okay, das Spiel ist ja gleich zu Ende. Das sieht man unten an den roten Zahn. Das ist der Countdown, wenn das Spiel beginnt und endet. Dann werde ich euch die Grundgriffe im nächsten Spiel zeigen. Weil das hier offensichtlich jetzt nicht funktioniert. Oh Gott. Okay. Ja, ich bin schon mal passiert. Wir haben es geschafft. Ah! Nein! Boah! Ah! Okay. Stammbild. Also das hier ist das typische Motiv, wenn es... sonst immer kommen die Weltenansichten oder sowas. Okay. Okay. Drücken. Und ich bin bereit. Jetzt gibt es ein Countdown. Es zeigt one. Jetzt ist es. Okay. Jetzt sind wir im Spiel. Also hier sieht man so ein kleines Foto, was die Bearbeiter von Skill gemacht haben. Was glaube ich niemanden interessiert. Okay. Es beginnt in 2, 1. Links. Als wüsste ich das nicht. Ja. Äh. Solange wir noch nicht in Gefahr sind, will ich euch mal die Grundknüsse zeigen. Links. Zielen. Äh. Ne, warte, jetzt bin ich falsch. Äh. Rechtsklick. Zielen. Links. Schießen. Das geht genauso bei der Pistole. Links. Falsch. Rechts. Rechtsklick. Ziel. Links. Schießen. Okay. Ähm. Bombe. Links. Werfen. Ähm. Anfangs. Anfangs. Dinge sind dieses Gewehr. Und diese Pistole. Ähm. Die Bomben und Granaten, die es dazu gibt. Die gibt es nicht Anfangs. Das sind keine Anfangsdinge. Granaten und Bomben muss man sich mit seinem verdienten Geld selbst. Ähm. Sag ich jetzt kaufen. Na ja, verdienten Geld nicht. Ähm. Das kriegt man in den Spielen, das Geld. Und. Zielen ist auch immer nicht die sicherste Sache. Wenn du jetzt zielst. Wenn man jetzt zielt. Und man will schießen, dann geht der Schuss nur vorbei, wenn der Gegner dir gegenübersteht. Deswegen. Ja. Deswegen würde ich lieber schießen, ohne zu zielen. Weil das manchmal auch die... Ich nehm auf, es sei leider. Ach. Mit F kann man überspringen. Also. Okay. Für Lücken. Oh. Mhm. Gut schießen. Warte mal kurz. Brauchst du noch lange? Ja. Oh. Ich zeig immer leise, dass wir hier was auf. Verschwinde, Lilly. Oh, Mama. Kann ich ja wieder das Video neu machen. Okay. Granate! 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 Da rift man mit rechts. Okay, verrücken. Und hier, die kann man auch manchmal zerschießen. Sieht immer ganz cool aus, finde ich. Aber... Möchte ich mich jetzt gar nicht so befassen. Eigentlich würde ich ja das Spiel machen. Ja, sorry, dass ich jetzt so leise war. Meine Familie hat mich jetzt mal gestört. Die nerven mich. Aber nicht so laut. Okay. Okay. An der nächsten Aufnahme mache ich einen Stuhl vor der Tür, damit ich die nicht an dem Hals hab. Jetzt nur nicht wört-wörtlich. Die haben mich nur genervt. Sag ich manchmal so. Okay. Ähm, diese Welt ist auch ziemlich oft genutzt und ähm, sollte eigentlich auch immer genutzt werden. Ähm, und wird auch, denke ich mal, zeitlich sozusagen um die 24 Stunden rund um die Uhr genutzt, die Welt. Ähm, man muss nur halt eingeben, welche Welt man will und dann wird die auch gefunden. Das ist jetzt nicht das Thema. Wobei, wenn man alle und alle lässt, ähm, dafür wird die nicht so oft vorgeschlagen. Äh, hier, die Welt finde ich für Anfänger bei Skill, äh, Special, Forged, ähm, auch ziemlich gut. Ähm, mit der Welt hab ich auch gerne am Anfang gespielt. Blendgranate. Hab ich jetzt bekommen. Äh, ganz schnell weg. Ja. Weil hier kann man welche in die Enge treiben und sie dann halt, krk, abmocken. Ja, die Türen krietschen etwas. Ja. Uff. 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 Habt ihr ihn gesehen? Der Mann geht nach. Uff. 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 Okay. Kack 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 Kack. die Granate noch, ja. Ähm, wenn ihr irgendwas besser haben wollt, müsst ihr es in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich auch gerne über einen Daumen hoch freuen. Und ich lese mir eigentlich auch alle die Kommentare mal hoch. Äh, so mit Deutsch. Manch. Ja. Ich habe eigentlich auch schon bei LikeGames 2015 darunter eigentlich auch schon Videos gemacht. Und auch ins Internet gestellt. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Das ist jetzt dahingestellt, aber... Das war jetzt auch schon vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob die jetzt von YouTube gelöscht wurden. Das ist mir jetzt auch ziemlich egal. Das war Brickfuss. Das spiele ich gar nicht mehr so oft und nicht mehr so gern. Deswegen ist das jetzt eigentlich so ziemlich egal. Wenn ihr was quietschen hört, das ist mein Dackel. Oder der Dackel meines Bruders. Der nervt mich. Verrücken. Oh, meh. Ich finde sie... Ähm, ich frage mich jetzt, warum sind die so zurückgeschrocken? Das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Oh, wir haben verloren. Ja. Ähm, dann... Ja, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Also, wartet mal kurz. Zweitens ist es. Also, ähm... Dann mal... Dann erst mal Tschüss. Und ich freue mich darauf, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet, vielleicht noch abonnieren und dann beim nächsten Mal bei Likens 2015 einschaltet, wenn es wieder neue Videos von mir gibt. Ähm, aber erst mal jetzt so eine Zeitbeschränkung. Und es gibt keine Zeitspanne, wann ich Videos mache. Ich mache die wirklich immer, wenn ich Zeit habe. Oder ich versuche es. Natürlich, ich gehe auch aufs Gymnasium. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Zeit, ähm, das immer zu machen. Ähm, ich muss auch viel üben. Deswegen, ich würde mich halt freuen, wenn ihr mir Daumen hoch abonnieren würdet und dann heißt es jetzt erst mal bis zum nächsten Mal bei Likens verabschiedet sich damit. Tschüss! Äh, wartet. Äh, wartet.